Willkommen zurück zu Clash of Clans. Es sind Clan-Kriegs-Ligen, also ich mit Mr. Simulation bin leider nicht drin, aber mein anderer Account ist drin und die hat mir nicht angegriffen. Das heißt, wir werden gleich angreifen und wir haben die Meisterhütte auf Level 4 gebracht. Ich muss ganz viele neue Dinge bauen, aber ich würde sagen, vorher machen wir noch unsere Lager voll. So, dann und dann setze ich hier die Barbaren. Oh, schade, wir haben leider 10-50% gewohnt, aber wir haben trotzdem noch eine Lagerung, aber trotzdem gewonnen, ok. Dann beginnen wir mal alles aufzubauen. Mauern und Fallen mache ich hier mal als erstes. Wir brauchen halt keine Zeit. So, und die hier noch. Armee ist ein bisschen teuer. Fünf Minuten, vier Stunden, sechs Stunden. Dann machen wir erstmal den Bogenschützenturm. Danach müssen wir auch unbedingt das Sternlabor verbessern und den Uhrenturm können wir auch reparieren. Und wir haben einige Belohnungen hier noch. Hübsch und ordentlich. 500 Hindernisse entfernen. Und wo war das? Hier. 800.000 Gold aus der Schatzkammer sammeln. Ja, das dauert jetzt noch vier Minuten. So lange können wir hier angreifen und dann auch beim anderen Account. Okay. Ähm. Das ist sehr gut. Okay. Okay. Da haben wir drei Ballons drin, die will ich aber noch nicht einsetzen. Oh oh. Oh oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Und geschafft. Solche Gegner mag ich. Richtig viel Loot und richtig schwache Verteidigung. Und ich habe nicht die Tropen ausgewählt. Ja gut, das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Luns, Frost, E-Drago und Freeze. So, dann Luftabwehr, Bogenschützenturm oder Kanone. Ähm... Ich glaube, ich nehme erstmal die beiden Kanonen. Ihr seht auch schon die Sammler. Die habe ich auch auf 10, größtenteils. Und... Ja, die kann man leider nicht weiter verbessern. Die Lage habe ich auch schon auf 9. Also, ich habe ziemlich viel geschafft eigentlich. 17 Sekunden. Okay. Danach kann ich ja mal hier die Mauern verbessern. Zumindest auf Level 2. So. Ein bisschen Gold. Alex, hier können wir nicht. Ich... Ich kann nur 300.000 lagern. Ich würde das gerne eigentlich verbessern. Damit ich mir hier das Armeelager holen kann. Aber... Ich weiß nicht. Man sieht leider nicht, wie lange das dauert. Ich brauche aber irgendwas, was Alex hier kostet. Kampfmaschine können wir noch nicht. Goldmine, Goldlager, Bauarbeiterkaserne. Sternlabor. Na gut, dann mache ich jetzt das Sternlabor. Dann greifen wir nochmal an. Dann greifen wir nochmal an. Ich nehme dich zu lassen. Ich nehme dich an. schade ich wollte aber nicht unbedingt in den zerschmetter reinlaufen und wir haben scheinbar verloren ok dann gehen wir jetzt mal rüber und greifen in den kleinen kriegs liegen an so da bin ich wieder wir haben 1,46 millionen die gebe ich mal kurz aus da war ja noch eine mauer gut dann haben wir hier noch was vom letzten krieg ich bin so gut wie max nur die mauern das rathaus und die helden fehlen noch so suchen wir mal einen gegner der hat eine bogenschützenkönigin die ziemlich weit innen ist mag ich nicht so der hat überhaupt keine königin der hat auch nichts in der kleinburg ok angriff das ist natürlich jetzt doof dass der luftfeger genau ein strichelchen noch hat äh 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 Vielen Dank. Der König läuft nur hinterher und haut auf die Mauern ein. Wir haben drei Sterne geholt. Der Krieg sieht ziemlich gut aus für uns. Wir sind zweiter Platz mit 16 Sternen Abstand. Der dritte Platz ist meilenweit hinter uns, 40 Sterne und ich denke mal, dass wir das schaffen werden. Natürlich habe ich auch nichts ausgebildet. Ach man. Ja, dann gehen wir jetzt mal wieder rüber und machen die letzten paar Angriffe. So Leute, da bin ich wieder. Wir machen erstmal eine neue Base. Die brauchen wir. Schließlich können wir nicht mit den ganzen Mauern da außen herumlaufen und irgendwie viele Punkte bekommen. Oder Sterne. Ich baue im Prinzip dasselbe. Nur jetzt zweiseitig. Oder ich versuch's zumindest. Einmal. Ohne. Bogen schützen. Schützen. Torne. Auch auf niedrig. Auch auf niedrig. Dann kommen hier die zwei Monen hin. Ähm. Dann kommt die Megamine hier hin, der Zerschmetterer kommt auch vor, so und so, und das reicht natürlich nicht. Verdammt. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich habe eine Idee. Machen wir das noch ein bisschen länger. Und so? Hm. Warte. Vielleicht so und so. Dann kommt hier einmal das Goldlager hin. Hier das Elixierlager, die jetzt relativ viel Leben im Vergleich zu anderen Gebäuden und können dadurch die Ablochen ablochen. Hm, natürlich nicht mehr die Bodenschütze, sondern wird anders passieren. So. Leider auf hohe Reichweite. Kara muss auch etwas weiter gehen. Also, wir werden die Ablochkoppel-Klager hin, die Ablochkoppel-Klager zu können. So. 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 Das ist alles so schief. So, dann kommt das hier hin. So, dann kommt das hier hin. Noch was hier hin. So hin. Ja, sieht jetzt nicht so aus, als ob es mir gefallen würde. Einfach hier noch alles reinstopfen. Das wird überhaupt nicht taugen, aber naja. Dann müssen wir natürlich noch die Luftbomben, den Uhrenturm und den Wachposten noch mit einbauen. Also, ich werde die Base sowieso noch ändern. Ich will nur mal testen. Ich will nur noch die Luftbomben, den Wachposten noch mit dem Wachposten noch mit dem Wachposten noch mit dem Wachposten noch mit dem Wachposten. Wir haben schon mal einen Stern geholt. Das ist gut. Ich glaube, das kriegen wir aber nicht mehr. Nee. Zwei Schläge hätten vielleicht noch gefehlt. Okay, es taugt nicht. Drei Gebäude sind stehen geblieben. Das muss ich auf jeden Fall noch mal ändern. Die Truppen sind immer noch nicht fertig. 40 Sekunden. Nochmal 40 Sekunden, 80 Sekunden. 1,5 Minuten noch etwa. Verbessern können wir auch gerade nichts. Eine Million nur, um einen Blitzzauber zu verbessern. Ich kann ja nochmal Balance anfragen. Die fragen alle nach Idrache oder Lunes. Ja. Das ist auch gleich fertig. 40 Sekunden noch. 2, 4, immer noch 6 Weihnachtsbäume. Ich sollte mal 5 von denen fällen. Und eine leuchtende Laterne. Nee, 2. 2 leuchtende Laternen könnte ich mal wegmachen. 20. Und hier sind es 10. Vielleicht kriegen wir ja noch einen schlechten Gegner, wo ich dann 100% hole. 1. 2. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 10. Warum habe ich das nicht getan? 48 prozent was habe ich da gesehen warum macht er nicht den zerschmetterer kaputt die bogeys sind schon mal tot ja sowas passiert halt wenn man versucht aus rad auszugehen man bekommt nicht immer einen stern jetzt sind die truppen hier drüben auch schon fertig gucken wir mal ob wir noch irgendeinen leichten gegner finden mit viel loot ist das ein leichter gegner viel loot hat er schon mal also wirklich beschweren mag ich mich da nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020